Musik Musik Kannel, Meister, es geht rein in die erste Kurve, alles gut, wir haben hier mit Reue von Alexia Bissi Bissi, das so macht es jetzt ... So, man riecht der Verein. Und sieben direkt noch die Entwand geben können. Trenner, noch die weitere Position. Und das Malzfeld wieder, aber immer noch ganz voll und nicht dabei. Lieberchenko, aus Position. Oh, Boschmann stürzt hier. Boschmann stürzt. Ausgabe jetzt los, alles. Zu viel Risiko gegangen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stehen sie doch vielleicht einen Meter zurück. Für ihre eigene Sicherheit. Und Boschmann stürzt auf die Viertel. Und Sasa Wöper alleine an der Spitze. Ein Sturz hier vom... Hör mal raus! Hopp! Hopp! Ja, aber das ist gut. Lukas Brüttiger... Ganz stark, Nikolas Rohrbach fährt es, die Anfahrt ist ein Tor von Lukas Rüchinger, genau aus der Abfahrt, alleine und her. In so einem Moment. Und dann sind die Magdaner zu Lukas Rüchinger aufgespfen und Nikolas Rohrbach sind nun alleine unterwegs. Römer, bringt sie! Hopp, hopp, hopp! Alle, hopp, hopp, hopp! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, 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 hey! Hopp, 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 hopp! Römer, hopp, 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 hopp! Römer, hopp, hopp, hopp! Alle, hopp, 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 hopp! Hey, Nik, du fierst du! Hopp, 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 hopp! 39 Sekunden Rückstand. Und vor zwei Wochen war das ein bisschen ähnlich mit dem deutschen Meister in Egelsch. Da hat er noch vor Herrn Helft, das letzte Wörtchen gesprochen. Meißel, Pflückiger und auch Masse Windhaber sind hier gemeinsam unterwegs. Ja, ja, hopp, 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 hopp! Und wenn wir einen Blick auf die Dammklassen entwerfen. Ja, ja! Ja, ja, ja! Die Kirche ist in der Kirche. Ja, 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 ja. Die Beste! Die Beste! Die Beste! Komm, 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 komm! Alle Zugegangen bei den ersten Breis. Und es ist zum dritten Mal im Schlosszügel. Die Beste! Die Beste! Die Beste! Die Beste! Die Beste! Und das könnte vielleicht die Entscheidung sein, dass wir diese Säden nicht mehr gehören haben. Einmal ist wir... Aber die Situation... Noch zwei Runden! Und die Beste! Wir sind wieder zurückgefallen auf die Neun. Und ich bin wieder zurückgefallen. Die Beste! Die Beste! Die Beste! Die Säden nicht mehr zurückgefallen. Das ist ein Jaunschatz! Die Beste! Die Beste! Die Beste! Denen live zurückzuholen! Spannende Musik Unser Dichter wird lobelig, hat aber noch einen Rutscher und jetzt sieht es nur noch uralt und wo er wach liegt, 1, 2, 1, 3! Mit der Pause! In diesem Endkampf gewinnt er das Redding in den Rittau. Gratulation Marcel Meissen! An dieser Position, Gratulation! Fabian Kana, sofort! Und großartiger Dritte, der Schweizer Nikolai Ruhrbach! Ohhhh! Und noch 2, 3, 4! Obst 3! Obst 3! Obst 3! Roman, ein riesiger Redner! Und noch ein riesiger Applaus! Marcel Meissen, Fabian Kanaar, Nikolai Ruhrbach! Und noch ein riesiger Applaus! Und noch ein riesiger Applaus!